Inhaltssteuerelemente in Writer LibreOffice Die Formularbearbeitung in Writer kann nun mit neuen Inhaltssteuerelementen erfolgen. Die Elemente verbessern die Kompatibilität mit dem DOCX-Format. Folgende Inhaltssteuerelemente-Typen sind über das Menü Formular verfügbar. RichText, Bilder, Markierfeld, Dropdown-Liste, Datum. Alle Typen außer Bilder können wie Text formatiert werden. Zum Formatieren verwenden Sie wie üblich die Absatz- und Zeichenvorlagen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.